Heute geht es um das Spiel des Jahres für Borussia Dortmund gegen Mainz 05 am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2022-2023. Borussia Dortmund kann mit einem Sieg am letzten Spieltag Meister werden, zum neunten Mal Deutscher Meister und somit mit dem 1. FC Nürnberg gleichziehen. Und das war natürlich ein toller Meilenstein für den Verein, aber auch für uns Fans, echt mal wieder toll als Borussia Dortmund Deutscher Meister zu werden. Nach über zehn Jahren Pause, wo immer wieder Bayern Meister wurde und ich denke auch, die neutralen Fans sind meistens eher auf der Seite von Borussia Dortmund und sagen, Mensch, es wird mal wieder Zeit, dass eine andere Mannschaft Meister wird. Man muss auch sagen, bei Bayern München wäre es vielleicht auch fast besser, wenn sie nicht Meister werden würden. Das sehen vielleicht einige Bayern-Spieler und auch einige Bayern-Fans anders, aber ich glaube, es wäre für die Neuausrichtung quasi besser zu sagen, okay, eine Saison ist jetzt mal alles schiefgegangen, was wir uns vorgestellt haben und wir stellen uns wieder neu auf, so ähnlich wie 2012. Hatte man ja auch ein super Trippeljahr 2013, nachdem man ja keinen Titel holte 2012 und manchmal braucht es auch so Momente, um dann noch stärker zu werden. So sehe ich das zumindest und ich finde Dortmund wäre jetzt auch mal dran, ja, nicht nur, weil ich Dortmund-Fan bin seit 1994, aber die ganze Geschichte rund um Haller und Co., das ist irgendwie schon toll. Ja, und das wäre irgendwie ein schönes i-Tüpfelchen am Ende der Saison. Man muss aber jetzt auch ganz klar hier mal die ganzen Gedankengänge durchgehen. Also für mich zählt nur das Dortmund-Spiel. Dortmund muss gewinnen, ja, Dortmund muss Power-Fußball spielen, Dortmund muss nur auf Sieg spielen, Dortmund muss sich voll reinwerfen, 90 Minuten plus Nachspielzeit, das Spiel unter Kontrolle haben, auf Sieg spielen und wirklich volle Kanne versuchen, den Sieg über die Bühne zu bekommen. Und ich hoffe, das wird nicht so spannend wie, ja, das Spiel im Hinspiel in Mainz, wo wir ganz knapp in letzter Minute noch irgendwie das Tor reinbekommen haben zum Sieg, ja. Aber ich hoffe, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen vorher schon entschieden wird. Am Ende zählt aber hauptsächlich, ja, dass es einfach zum Sieg kommt. Und am Ende ist es ja auch egal wie, aber ich glaube, die meisten würden sich bedanken, ja, damit sie ja nicht zum Kardiologen am nächsten Tag müssen, dass das wirklich vielleicht vorher schon auf Sieg gespielt wird und quasi nicht bis zur letzten Sekunde gewartet wird. Was erwarte ich jetzt vom Spiel? Wie gesagt, 90 Minuten Powerfußball. Ich verstehe auch die Leute nicht, die jetzt total ängstlich sind. Ich habe eine positive Nervosität, also ich will jetzt, dass es endlich losgeht, ich will jetzt Bescheid wissen, aber wir haben noch jetzt nichts zu verlieren. Klar können wir das jetzt verspielen, dann wird die Medienwelt wieder sagen, ja, Dortmund ist zu doof und Dortmund ist einfach nicht wert und wollen das einfach nicht genug und Mentalität und wie auch immer. Pustekuchen. Am Ende haben wir 70 Punkte jetzt geholt. Mit 70 Punkten ist man oftmals in den letzten 25 Jahren auch Meister mitgeworden. Ja, auch unsere Meistersaison 2001, 2002 war auch meines Erachtens mit 70 Punkten am Ende die Meisterschaft. Ich glaube, 95, 96 waren es 65 Punkte. Es gab auch schon Meisterschaften, da hat man weniger Punkte gebraucht, um Meister zu werden, als wir jetzt haben. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Saison, auch gerade im Hinblick dessen, dass uns der wichtigste Einkauf, der Neuner, der Haaland-Ersatz quasi die ganze Hinrunde gefehlt hat. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ist das schon eine tolle Leistung, auch wenn wir natürlich viele Dinge haben liegen lassen. Das Unentschieden gegen Schalke, was ein bisschen ärgerlich war, gegen Stuttgart, dann wäre man jetzt schon durch, auch gegen Bochum unglücklich mit den nicht gegebenen Elfmetern. Dann aber auch in der Hinrunde das Bremen-Spiel natürlich uns allen noch irgendwie negativ im Kopf. Und klar, im Fußball kann immer alles passieren. Ich werde auch über Mainz mal sprechen, was ich mir so ein bisschen erhoffe. Aber was natürlich auch sein kann, was im schlimmsten Fall passiert. Aber gehe jetzt erst nochmal Situationen durch. Also wie gesagt, für Dortmund zählt nur das Dortmund-Spiel. Wenn wir gewinnen, kann Bayern spielen, wie sie wollen. Dann können wir auch 20-0 gegen Köln gewinnen, was ich jetzt nicht hoffe. Aber dann wäre das egal. Und was ich mir natürlich jetzt erhoffe, wäre, dass Dortmund voll auf Sieg spielt und das da auch ohne Probleme über die Bühne kriegt. Und man sich da nicht blöde Sprüche im Nachhinein anhören muss. Und dann quasi Köln uns vielleicht noch mit einem Unentschieden oder mit einem Sieg von Köln in Köln hilft gegen Bayern München. Sodass das dann vielleicht schon relativ schnell gegessen ist, die Meisterschaftsfrage. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Dass man vielleicht schon relativ schnell weiß, okay, da steht es in Köln irgendwie 2-0 für Köln. Und Dortmund führt auch Haus hoch. Und das wäre natürlich ideal. Das wäre so mein Wunsch. Wurde zu kommen, weiß ich nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Mainz vielleicht sogar in Führung geht. Und dann hört man irgendwie, wird das Stadion unruhig. Und dann flippt Bayern plötzlich zur Halbzeit 2-0. Und dann steht es plötzlich 2-0 für Mainz. Und dann hat er nur noch 45 Minuten Zeit. Das kann auch schlimmstenfalls so kommen. Es kann auch sein, dass wir wirklich mal das Spiel gegen Mainz jetzt hier verlieren oder unentschieden spielen. Aber dann sind wir auch selber schuld und haben es auch nicht verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt so viele Vorlagen bekommen. Wir müssen jetzt nur noch das letzte Spiel für 80.000 Leute im Stadion und mehreren Hunderttausend Leuten in der Stadt gewinnen. Und da gibt es irgendwie keine Ausreden mehr. Da darf man nicht mit vollgeschüssener Hose spielen. Da muss man jetzt wirklich volle Kanne auf Sieg spielen. Und das, was in Köln passiert, ist dann ein Bonus. Und da braucht man nicht drauf achten. Ich hoffe natürlich, dass der Fußballgott schwarz-gelb trägt und sagt, komm, den Kölnern geben wir auch ein bisschen Glück. Und Jonas Hector, die FC-Legende, darf auch noch einen tollen Abschied feiern. Ich denke, die Bayern-Fans könnten jetzt auch ein Jahr mal ohne Meisterschaft auch überleben. Und wir würden uns natürlich auch enorm als Dortmund-Fans freuen. Wäre natürlich eine tolle Sache. Aber so sehe ich das jetzt. Und wenn es nicht passiert, ich habe die letzten zehn Jahre das Runde-Meisterschaft auch überlebt. Da wäre es natürlich sehr bitter und sehr traurig. Weil es irgendwie auch der Mannschaft, auch mit der Geschichte, mit Halleja, das könnte man ja verfilmen, eigentlich sehr gönnen würde, dass die das irgendwie jetzt auch schaffen. Aber wie gesagt, am Ende müssen sie das Spiel gegen Mainz 05 am 27.05. um 15.30 bis 17.30 gewinnen. Und um 17.30 wissen wir, denke ich, spätestens Bescheid, wer dann deutscher Meister ist. Und ich hoffe, das ist dann Borussia Dortmund. Wenn es nicht so ist, dann ist es so. Aber dann hat man es auch nicht verdient. Weil das würde bedeuten, dass wir unentschieden gespielt haben oder verloren haben. Und Bayern gewonnen hat im Umkehrschluss. Und wie gesagt, dann ist man halt am Ende zu blöd gewesen. Aber was ist jetzt so meine Hoffnung? Gehen wir erstmal so die Situation durch. Wer könnte spielen? Ich denke, wir vom Bananentorjäger grüßen, wir gehen raus. Das legendäre Rusitzki-Tor gegen den Haas Hau war das. Wo er die Arme schon hochgerissen hat, wo er so 30, 40 Meter vom Tor war. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Das waren auch noch Zeiten. Aber gehen wir mal durch. Halleja hat momentan eine gute Form, wird immer besser. Sehr, sehr wichtig für uns. Ich hoffe, er hat einen Sahnetag gegen Mainz. Das würde bedeuten, dass er natürlich vielleicht das eine oder andere Tor und die eine oder andere Vorlage macht. Ja, Mahlen ist nicht umsonst der beste Spieler der Bundesliga im April gewesen. Wurde auch ausgezeichnet. Also der ist momentan auch in einer guten Form. Brand hat auch wieder geknipst, auch in einer guten Form. Macht Vorlagen, trifft einer der Topscorer der Saison, einen super Zehner. Ich hoffe, der hat auch einen Sahnetag, genauso wie Guerreiro. Natürlich auch ein Spieler ist, der auf engstem Raum vielleicht Sachen machen kann, die manche vielleicht nicht so hinbekommen und auch für das eine oder andere Tor gut ist. Ich hoffe, der hat auch einen Sahnetag, genauso wie Adeyemi natürlich mit seinem Sprint uns enorm helfen kann und vielleicht auch das eine oder andere Tor oder die andere Vorlage machen könnte. Ist ja auch Rookie der Saison, muss man auch ganz offen sagen. Also wirklich, die Offensive kann sich sehen lassen, auch wenn natürlich Bellingham eine offene Frage ist. Kann er jetzt spielen? Kann er nicht spielen? Wird er später nochmal reinkommen? Man wird sehen, ja. Elmer Can, super Junge. Ich hoffe, er hat auch einen Sahnetag und hält hinten im Mittelfeld alles sauber. Ich hoffe, auch die ganze Mannschaft ist einfach so auf 100 Prozent und auf Sieg gestimmt, dass das Mainz da gar nicht zur Ruhe kommt. Also ich hoffe da wirklich auf eine Pressingmaschine, dass man wirklich da jedem Ball hinterher rennt und gut steht und taktisch einfach perfekt darauf vorbereitet ist. Ria, so ein super Läufer, super Verpflichtung für nur 5 Millionen Euro. Ja, heutzutage muss man ja sagen, ist wirklich ein super Transfer gewesen. Hummels hat jetzt nochmal verlängert, freue ich mich sehr drüber. Süle, tolle Neuverpflichtung. Ich hoffe, beide haben wieder einen Sahnetag. Ich denke, beide werden dann auch spielen. Wolf, denke ich, wird dann auf rechts spielen. Auch in den letzten Spielen hat es nicht so ideal gespielt, aber ich hoffe, er hat dann einen guten Tag, genauso wie Kobel. Weil er einen guten Tag hat, würde das natürlich auch bedeuten, dass wir da gute Karten haben, weil er eigentlich wirklich auch sehr viele Bälle hält, die man nicht unbedingt halten muss. Und das hat uns natürlich auch den einen oder anderen Punkt gerettet. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und ja, ich bin jetzt guter Dinge. Ich bin quasi so wie vom Pokalfinale, wenn man weiß, okay, man hat eigentlich ganz gute Chancen, den Pokal auch zu holen. Man kann am Ende nur den Pokal holen oder halt nicht. Und hier ist es halt bei der Meisterschaft. Wir haben es in eigener Hand. Also deswegen verstehe ich auch gar nicht, was jetzt sich geändert haben soll. Wir hätten dieses Spiel hier sowieso gewinnen müssen. So haben wir das jetzt nur selber in der Hand. Also besser kann es doch nicht sein. Also wir sind gar nicht auf Köln angewiesen, dass die da unentschieden spielen oder gewinnen. Besser kann es doch gar nicht sein. Und das, was in Köln passiert und wenn Köln gut spielt, das ist Bonus. Wenn wir gewinnen, sind wir Meister. Egal, ob Bayern 20, 25 oder 30-0 gewinnt. Und so muss man halt wirklich auch rangehen und sagen, ey, das ist vollkommen egal, wie die da spielen. Wir haben 90 Minuten plus Nachspielzeit Zeit, das Spiel frühzeitig oder auch später zu entscheiden. Und ich bin eigentlich so ganz guter Dinge, bin aber natürlich auch nervös. Und wie gesagt, bin auf alles vorbereitet. Man muss bei Borussia Dortmund leider was das alles auch bedenken. Ansonsten hoffe ich halt, dass wir einfach gewinnen. Und ich hoffe irgendwie auch so ein bisschen, dann können wir jetzt auf Mainz 05 nochmal zu sprechen. Für Mainz 05 geht es ja nicht um so viel. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Mainz 05 vielleicht so einen Tag hätte, wo die sagen, ach, wir lassen es heute mal irgendwie über uns ergehen. Ich glaube nicht dran, dass die sich jetzt da schon beschlagen gehen und sich da nicht anstrengen. Also das gebührt ja auch die Fairness. Und Mainz soll sich da auch voll reinwerfen. Das soll jetzt nicht so heißen, dass dann plötzlich die Bayern-Fans sagen, ja, Mainz hat ja sich gar nicht mehr angestrengt und das ist ja Wettbewerbsverzerrung und so weiter. Das soll natürlich jetzt nicht irgendwie kommen. Aber ich hoffe irgendwie, dass Mainz 05 einfach sagt, okay, es geht jetzt hier nicht so viel. Vielleicht auch einige Dortmund-Fans in der Mannschaft hat und die sagen so im stillen Kämmerlein, komm, heute spielen wir mal ein bisschen lockerer hier und genießen den Tag, das letzte Spiel. Für uns geht es um nichts mehr und wir müssen jetzt nicht unsympathisch werden. Vielleicht mag Mainz 05 eigentlich recht gern. Die haben ja gegen Bayern München auch gewonnen. Aber das Hinspiel war schon sehr schwer. Mainz ist so eine Mannschaft, da weiß man nie, wie die an dem Tag spielen. Manchmal sind die überragend. Dann haben die wieder so ein Spiel wegen Stuttgart-Heimspiel drin. Haben gegen Bayern gewonnen, gegen uns das Leben unfassbar schwer gemacht. Haben in der letzten Minute irgendwie noch das 1-0 geschossen in Mainz. und ich weiß es nicht. Also bin da skeptisch, wie Mainz auftreten wird. Aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass die sagen, ach komm. Weil wenn ich mich jetzt reinversitze in einen Spieler und ich weiß, okay, wir können jetzt hier in der Mannschaft noch die Meisterschaft versauen. Okay, wenn ich jetzt Bayern-Fan wäre, dann würde ich sagen, okay, ich haue jetzt da den richtig, ärgere die jetzt mal so richtig. Dann gibt es vielleicht noch die Leute, die sagen, okay, ich will einfach gewinnen. Ich will jedes Spiel gewinnen, was ja auch richtig sein soll. Für den Verein alles geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute sagen, okay, für mich geht es jetzt um nichts. Mehr großartig. Und die die Atmosphäre da vielleicht auch ein bisschen beeindruckend finden und dann einfach irgendwie so ein bisschen so, ja, einfach das Spiel da irgendwie spielen, aber jetzt irgendwie auch sagen, ach, egal. Weiß ich nicht. Also, das könnte natürlich auch sein. Also, wenn ich mich jetzt reinversetze in so ein Freundschaftsspiel mit einem Fußballverein früher, da habe ich natürlich auch versucht, irgendwie zu gewinnen, ja, aber ich habe dann irgendwie immer so mehr gegeben, dann nochmal so ein paar Prozentchen mehr, wenn es dann um was ging bei irgendeinem Turnier oder wenn es jetzt in der Staffel war, in der Liga oder im Pokal, dass man irgendwie gesagt hat, okay, jetzt muss man gewinnen, jetzt kommt es drauf an, jetzt geht es um was, als wenn es um gar nichts mehr so richtig geht, weiß ich nicht. Aber könnt ihr gerne anders sehen oder auch unten kommentieren, wie ihr das so seht. Ihr könnt gerne auch sagen, Mensch, was redest du denn da? Lasst gerne auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, wenn euch solche Talks interessieren und ich bin gespannt. Ihr könnt euch gerne auch ein bisschen lustig machen, das gehört halt dazu, wenn Dortmund wieder zu blöd ist. Wie gesagt, ich nehme das Video jetzt hier am 26.05. auf, werde das jetzt auch noch am Abend für euch hochladen und bin jetzt gespannt. Also alles ist drin, alles ist möglich und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht. aus Dortmunder Sicht, wäre es natürlich einfach toll, wenn wir irgendwie das Spiel gegen Mainz gewinnen. Möglichst vielleicht wirklich auch einen tollen Tag erwischen und dann schauen wir mal. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.